Der deutsche Tigerpanzer. Der Königstiger. Immun gegen die meiste Munition. Boah, das geht mir doch gerade ziemlich auf den Sack. Warum krieg ich den nicht? Verrecker, wieso steckt ein Dreckspanzer? Spürst du, wie sie auf deiner Haut schwitzen? was er wechselt ich wollte die scheiß platte treffen wird schon wieder direkt mit einem schuss natürlich ja mann ey das ist doch das ist gerade nervig ja der deutsche tigerpanzer der königstiger immun gegen die meiste munition bist du stark genug ihn zu besiegen ein schweiziger Die Frage ist, wie kann ich diese scheiß Rakete nicht aufnehmen? Die Frage ist, wie kann ich das? Die Frage ist, wie kann ich das Ding down? Die Frage ist, wie kann ich das Ding down? Die Frage ist, wie kann ich das Ding down? Die Frage ist, wie kann ich das Ding down? Die Frage ist, wie kann ich das Ding down? Das Problem, du kriegst keine von denen genommen. Die Frage ist, wie kann ich das Ding down gehen? Die Frage ist, wie kann ich das Ding down machen? Nein, ich habe natürlich keine Chance gehabt, aber ich hoffe nicht, dass ich das jetzt nochmal neu alles machen muss. Ja, ich stehe natürlich voll in diesem Scheiß-Kampf drin, äh, Gebiet drin. Das Gerät außer Kontrolle. Wir müssen es stoppen. Frohe Gewalt. Manchmal ist das alles, was einem bleibt. Was ist das? 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 Was ist das?